Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge des schlimmsten Arbeitstage und schlechtesten Arbeiter für euch. Wenn ihr mir eure Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Jetzt ist aber auch langsam Feierabend. Das war bestimmt der teuerste Arbeitstag, den der jemals hatte. Der sieht den Bus doch. Egal wer fahren darf oder nicht, der hätte bremsen sollen. Das war wirklich unnötig. Das hat er nach einer Sekunde wieder bereut. Jetzt braucht er eine Versicherung, die nicht so viele Fragen stellt. Der sieht, dass da etwas im Weg ist und fährt auch noch weiter. Hoffentlich war das kein Auto von einem Kunden. Was hat er auch erwartet? Das war's doch wieder mal komplett. So schnell ist er bestimmt noch nie gerannt. Wie will der da jetzt wieder rauskommen? Die Fahrer passen sich der Situation zumindest an und bleiben nicht einfach stehen. Der Fahrer hat absolut keine Lust mehr. Jetzt am liebsten direkt Pause machen. Das nenne ich Einsatz. Das nenne ich Einsatz. Das nenne ich sketches. Das nenne ich athlete. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020